Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyBindow. Heute werde ich euch zeigen, wie man den Streifen in der zweiten Reihe macht. Lass ihn nicht lange labern, gleich bauen. So, jetzt kommt der eigentliche Streifen. So, oder nee, es ist einfacher zu verstehen. Dann das und dann das. Danke!